Willkommen zu der Videoreihe zu den römischen Zahlzeichen. Mein Name ist Camillo und ich werde dich die nächsten Videos begleiten. Hast du zufällig diese Zeichen schon einmal auf einem Haus, Denkmal oder einer Uhr gesehen? Hast du dich jemals gefragt, was diese Zeichen zu bedeuten haben? Dann bist du hier richtig. In diesem Video wirst du von mir die Grundlagen zur Arbeit mit den römischen Zahlzeichen erlernen. Du wirst lernen, welche Buchstaben, die heißen eigentlich Zahlzeichen, für welche Zahl stehen und ich werde dir ein paar Tipps zeigen, wie du dir diese merken kannst. Beginnen wir zuerst mal mit der Bedeutung der Zahlzeichen. Bevor wir anfangen, ist es aber wichtig zu wissen, dass nur für sehr spezifische Zahlen römische Zahlzeichen existieren. Die wichtigsten sind für die Zahlen 1, 5, 10, 50, 100, 500 und 1000. Alle Zahlen zwischen diesen Zahlen und alle Zahlen, die größer sind, werden wir im nächsten Video genauer betrachten. Beginnen wir also mit der 1. Das römische Zahlzeichen für die 1 ist nicht sehr schwierig. Das Zeichen für die 1 sieht aus wie der Buchstabe I. Es ist also fast eine 1, außer dass wir den Schrägstrich weglassen. Als nächstes kommt die 5. Für die Zahl 5 verwendeten die Römer den Buchstaben V. Wenn du dir das gemerkt hast, ist auch die Zahl 10 ein leichtes. Wie du bestimmt weißt, ist das Doppelte von 5 Jahrzehnt. Die Römer machten dies genau gleich. Sie haben das V einfach verdoppelt und umgedreht dazugegeben. Somit erhalten wir das Zahlzeichen X. X steht also für die Zahl 10. Nun zu 100. Diese Zahl wird mit dem Buchstaben C dargestellt. Die 50 hingegen wird mit dem Buchstaben L dargestellt. Dies kannst du dir damit merken, dass 50 ja die Hälfte von 100 ist. Wenn wir nun ein C halbieren, indem wir die obere Hälfte wegschneiden, erhalten wir beinahe ein L. Nun zu den letzten zwei römischen Zahlzeichen. Dies ist einmal das D für 500 und abschließend das M für 1000. Wiederholen wir das noch einmal. Ich habe dir dazu auch eine kleine Eselsbrücke vorbereitet. Die Anfangsbuchstaben der einzelnen Wörter stehen dabei für das römische Zahlzeichen. Diese sind von 1 bis 1000 geordnet. Der Satz geht so. In vielen x-beliebigen Lagern kämpft die Mannschaft. So, jetzt kannst du mal die wichtigsten römischen Zahlzeichen. Wenn du aber nun erfahren willst, wie wir die Zahl 2, 3 oder irgendeine andere Zahl schreiben können, schau dir das Basic Video an. Bis bald!